Heiho Leute! Willkommen zum dritten Part von Yoshi's Island! Und bevor wir uns hier in die erste Burg stürzen, wollte ich noch kurz etwas sagen. Und zwar, ich habe mich entschieden, einen 100% Run draus zu machen. Ich weiß noch nicht, wann ich diese Entscheidung wieder bereuen werde. Wahrscheinlich bald. Jedenfalls werde ich es so machen, wie jetzt zum Beispiel im letzten Level. Da hatten ja lediglich 2 Sterne gefehlt zu den 100 Punkten. So Sachen werde ich dann gerade offscreen nochmal durchspielen und ich habe es auch gemacht. Jetzt haben wir ja auch 100 Punkte. Falls Blumen oder rote Münzen fehlen werden, werde ich das Level im Let's Play nochmal durchspielen, damit ihr auch seht, wo diese eben versteckt waren. Okay. Und jetzt begehen wir uns in die erste Burg. Oder Schloss oder was auch immer. Xilebos Festung. Xilebo. Toller Name. Okay. Was ist das da oben? Hm. Das sieht verdächtig aus. Ja. Okay. Wohl doch nicht. Gelbe Eier. Und Eimer. Und, wow, Münzen. Hm. 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 Ist da irgendwas Tolles drin? Hey. Ach, Mann. Dreh dich. Yay. Hm. Da ist kein Eimer. Oh Gott. Hm. Okay. Ich traue den Teilen jetzt nicht mehr. Keinem einzigen mehr. Hm. Stachel. Noch mehr Stacheln. Ich renne einfach mal durch. Ah! Ist da irgendwas hinten dran? Nein. Oh. Okay. Wer seid ihr denn? Moment. Uh. Yay. Gibt es hier auch rote Münzen oder nur normale? Es scheint nur normale. Hm. Oh, nein, 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 nein. Ich werde sicher nicht da hinten runterspringen jetzt. Hm. Hm. Okay. Wir rennen oben im Schwarzen herum. Hm. Geht's da drüben auch lang? Okay. Können wir jetzt das ganze Level lang hier oben rumrennen oder wie? Oh, schön. Jetzt sehen wir alles, was noch auf uns zukommt. Lava und springendes Feuer. Eier. Super. Wir gehen trotzdem unten rum, weil wir wollen ja die roten Münzen einsammeln. Die Blumen. Und was weiß ich noch. Sterne wären auch nicht schlecht. So, wo sind wir denn hoch? Hier noch? Okay. Ähm. Hallo? Ich habe irgendwie Angst vor dem. Ähm. Kann ich euch töten? Ah! Uh. Uh. Ihr habt sogar Sterne. Uh. Uh. Gut zu wissen. Ich brauche Eier. Ah. Gott. Nyaaah. Aber irgendwie fallen nur manche um. Sieht man das denen an, oder? Hm. Worauf achten. Hallo? Oh. So. Ah ja. Immer gut. Und jetzt schießen wir die hier mal ab. Uh. Sogar fünf Sterne. Nein. Oh. So ein Vollidiot. Unglaublich. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Er ist aus der Lava zurückgekehrt und hat seinen Zwillingsbruder mitgebracht. Oh mein Gott. Oh Gott. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kommst du jetzt nochmal? Hm? Sternchen? Sternchen? Oh. Schade. Er hätte wunderbar die Sterne sammeln können. Oh Gott. Lava. Bestimmt bin ich tot, wenn ich da reinfalle. Bestimmt falle ich da rein. Ah. Oh Gott. Das Ding fällt garantiert um. Ahaha. Ist das hinten dran? Hallo? Huah. Nein. Oh. Wie öde. Hm. Ihr hört aus wie rote Münzen. Piu. Ach du blöde Flamme. Wow. Das ist Skill, Leute. Totaler Skill. Okay. Somit wäre der erste Teil geschafft. Mal gucken wie lange diese Burg ist. Hm. Ist ja irgendwas. Picards. Picards. Hallo. Huah. Okay. Das fällt um. Wieder nichts. Warum ist denn hier jetzt hinten dran? Wow. Münzen. So. Betten? Das gibt eine Treppe. Hohoho. Oh Gott. Was ist das da unten denn? Oh je. Das ist bestimmt ganz böse. Und das hat ein gigantischer Augenbrauch. Ah. Erinnert mich an Blark. Super Mario World. Hallo. Hallo. Du da unten. Oh Gott. Eine Blume. Huah. Äh. Noch eine Blume. Oh Gott. Ich will sterben. Runter und hoch. Boah. Okay. Okay. Und jetzt kommen wir da rüber. Ah. Gut. Okay. Alles gut. Alles gut. Ah. Nichts gut, Blark. Hm. Okay. Okay. Ein Schlüssel. Hm. Ein Rürb. Ist die wieder so sinnfrei wie die letzten? Oh Gott. Was seid ihr denn? Aha. Ist da Boden? Okay. Da ist Boden. Und da kann ich durch. Ah. Geh weg. Hm. Hm. Ich kann die bestimmt nicht. Ah. Der hat zu schön gewirfen, dass ich abschüssen könnte. Oh ey. Es ist zu dunkel hier. Ach. Es ist wie nur so ein Münzenraum. Ich will Blümchen. Und rote Münzen. Keine normalen. Wahnsinn. Nein. Ich hab's gewusst. Ach. Ich hab eigentlich keine Lust, diese Schlösser nochmal zu machen. Nochmal machen zu müssen. Nur... Weil mir ein paar Sternchen fehlen am Ende. Ist also richtig... Oh mein Gott! Gigantischer Blark. Hilfe. Er wird nicht... Okay, er wird mich nicht fressen. Hm. Hm. Hallo. Du hast schöne Augen und riesige Augenbrauen und deine Augen wackeln auf deinem Kopf rum und... Keine Angst vor dir. Ähm. Uns fehlt, glaub ich, noch... Ja, noch eine Blume. Hm. Hallo, Vase. Ähm. Das ist ein Schlüssel. Yay. Okay, okay. Turbo! Wow. Ich hoffe, hier ist noch nicht der Boss. Weil, wie gesagt, uns fehlt noch eine Blume. Okay, gut. Komm. Hallo! Oh, Sternchen. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Okay, das Rote ist bestimmt die Boss. Schlaustür. Hm. Gehen wir erstmal hier rein. Ich hoffe, dass hier die letzte Blume ist. Hallo? Vielleicht wenn ich euch alle töte? Blume? Oder hier in der Ecke irgendwo versteckt ist? Yay! Okay, sehr gut. Ah, alles gut. Ähm. Ähm. Oh Gott. Gab's hier Eier? Mhm. Mhm. Ja, gab's. Okay. Ähm. Oh Gott. Ah! Ähm. 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 Ecke! Wand! Hilfe! Nur mal! Okay. Alles gut. Geht's los? Keine Sternchen verlieren, ey. Das wäre so ärgerlich. Stirb. Okay. Äh. Äh. Ich wollte das Ding noch abschießen. Naja, egal. Ach, das klingt so schön, die Musik. So friedlich. Hi. Oh, Kamek. Hey, Yoshi! Willst du dem Baby wirklich helfen? Dann ziehe diesen Gegner erst die Hose aus. Okay. Warum? Soll ich ihm die Hose ausziehen? Ah. 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 Ich hab Angst vor ihm. Ähm. Ich, ähm. Besteck mich. Ähm. Okay. Ich muss einfach abschießen, oder? Hier unten gibt's Eier. Das ist schön. Und. Piu. Okay, es ist zu früh. Ah, jetzt. Ah. Oh Gott. Hau. 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 Ach, wisst ihr was? Wir sterben jetzt einfach. Hau. Dann fangen wir mit dem Sternkreis wieder an. Denk ich mal. Hoffe ich mal. Und dann, ähm. Ja, schrei Mario. Dann haben wir unsere Sternchen wieder. Oh Gott, ist das ein ätzendes Geräusch. Hau. Dann sehen wir auch mal was passiert, wie es aussieht, wenn wir sterben. Mario wird entführt. Hehehehehehe. Beim Sternenkreis anfangen. Genau. So war der Plan. Haha. 100 Punkte. Ja, das ist jetzt ein bisschen gecheatet, aber. Who cares? Wow. Hier gab's noch eigentlich noch mal Münzen. Ich glaub, diese Münzen an diesen Wolken sind eigentlich Sterne. Also wenn man Sterne brauchen würde. Okay. Jetzt aber, Kumpel. Wow, jetzt wurde sogar der Text von Kamek weggelassen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Wir verstecken uns wieder am Anfang. Das hat doch gut geklappt. Ist eigentlich sehr nett, dass dieses Loch hier ist, wo man rein kann. Okay, ich schieße mich erstmal ab. Ei. Und dann geh ich ein bisschen weiter weg. Und... Ich muss nur gucken, was wenn man wieder nach rechts fliegt. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Und... Okay. Okay. Macht der eigentlich auch mal irgendwas? Außer... zu hüpfen. Und seine Hose zu verlieren. Oh Gott. Bin ich hier sicher? Ja. Okay. Piu. Springt der höher? Als am Anfang? Naja. Ja. Okay, er hat seine Hose verloren. Und jetzt schämt er sich zu Tode. Und explodiert. Wow. Leute, zieht niemals jemandem seine Hose aus. Das ist tödlich. Okay, er war total lächerlich. Warum habe ich es nicht geschafft beim ersten Mal? Oh Gott. Egal. 30 Sterne. 20 Münzen. 5 Blumen. 100 Punkte. Yay. Sehr schön. Das war echt praktisch, dass dieser Sternenring direkt vor dem Eingang war. Also dann. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.